...ein paar Kusserfahrungen reichern. Dafür lohnt es sich Geld zu sparen, um sowas mal zu erleben, sagt Marita. Ich liebe die Karibik und ich bin die inoffizielle Königin der Karibik. Ich bin die Königin, ich bin die Prinzessin und ich die Königin widerspricht an ihr. Beide schauen vor sich an den Stachelrochen hinterher. Das ist ja eine richtige Liebesgeschichte, wobei ich statt Rochen, glaube ich, doch weiterhin lieber Mingo Kuss wiederhabe. Martin Pulanski über Stachelrochen... So, eine Opel, eine Besserung, vielleicht... So, eine Opel, eine Kuppe in 10! Mmm! Das ist ein Bingo! Untertitelung des ZDF für funk, 2017